Guten Morgen ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade erst aufgestanden. Wie ihr wahrscheinlich wisst, sind wir in Paris. Wir gehen gleich zur Manga, unserer Fiction Convention. Und ja, wie ist es bisher noch? Hallo! Zu drei. Die anderen zwei liegen noch im Bett. Oder liegen noch im Bett. Sie sind gerade erst aufgestanden, wie wir da hingekommen sind. Die machen sich fertig und kommen auch runter. Wir frischigen jetzt und dann geht's los. Wir kommen beim nächsten Mal. Wir kommen zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. So, wir müssen jetzt ein bisschen hier hinten bleiben. Also hier bei den Figuren. Weil ich hab dann Analyse geschrieben, dass wir hier sind. Und ja, wir warten jetzt. Ich hoffe, die sind nicht zu weit hinten. Weil wir waren ja ganz vorne, wie eben schon gesagt. Und wir mussten uns trennen, weil nur einer mit dem Rollstuhl mit durfte. Was eigentlich total scheiße ist, aber naja, das müssen wir eben machen. Das muss ich noch nicht tun. Timm jetzt mal, ich schau dir in den ganzen Tag. So, wir sind in den ganzen Tag. Wer ganz vorne ist, wir sind in den ganzen Tag. Wir sind in den ganzen Tag. Wir können immer los vermutze ich mich nicht, jetzt ist das Lass in die Stadt welche gesehen wird. Das ist der Mann. Oh nein, ich habe eine Sprache. Oh nein! Hallo! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hallo, 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 hallo. Ich will eine Video mit. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hier ist es mehr Dragonball. ... Mun – ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020